Liebe Gäste, liebe AIDA-Familie, die für mich schönste Zeit des Jahres, die Weihnachtszeit, hat begonnen. Auch hier an Bord von AIDA Perla. Das Gastgeberteam von AIDA Mar wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten! Frohe Weihnachten! Auch wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Leben. Und würden uns freuen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Und nicht vergessen, auch mit Mund-Nasen-Schutz ist das Lächeln bei uns zu Hause. Fröhliche Weihnachten! Merry Christmas, from Stanley Parkland! Frohe Weihnachten! Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten im Kreise Ihrer Liebsten! Buon Natale, buon Natale, buon Natale, vocele Familie! Mili Gajem Pasco! And Merry Christmas from the bridge. Merry Christmas from the bridge. Hohe Weihnachten aus dem Kids Club. Bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen hier an Bord und wünschen Ihnen die gesamte Crew von AIDA wünscht. Merry Christmas and a Happy New Year. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien jetzt erst einmal frohe Weihnachten, sei es auf unseren Schiffen oder auch bei Ihnen zu Hause. Wir sehen uns bald wieder an Bord. Auf AIDA sehen. Auf AIDA sehen.